Guten Abend aus Hamburg. Ich bin Rose von Rose Organic Spa, Hamburg. Heute habe ich meine Gäste, liebe Gäste. Sie heißt Paulina. Und Paulina gerade kam hier das erste Mal. Sie ist 26 Jahre. Und vorher, sie möchte Massage nur 30 Minuten, aber nachdem ich untersuchen konnte, ich habe gesehen, das ist 1 Minuten. Sie sagt, machen wir weiter. So, bitte Paulina, sag mal, wie fühlst du dich? Ja, also jetzt fühle ich mich sehr gut, sehr entspannt und es hat ganz doll geknackt. Erste Minuten, ja. Ja, ich glaube, das war ganz wichtig, weil ich sehr verspannt war. Ja, genau. Weißt du was? So viel Frau von Deutschland. So viel, ich liebe Frau von Deutschland. So viel kann machen und stark genug wie ein Mann. Ich kann nicht. Und manchmal, wir kennen nicht, wo wir schmeißen haben. Weil wir immer wieder sagen, dass wir das immer wieder. Und dann, wenn ich untersuchen konnte, dann, guck mal, jeder kunde sag immer, Ros, bitte nicht gut untersuchen können. Aber ich nur möchte dich sagen, bitte, na. Du bist jünger Frau. Du kannst immer ein Monat einmal, für Massage wie Regen Music. Das ist Massage wie Entspannung, und Passive exercise. Das ist richtig gut. Ich sage dich nur, weil, wenn wir immer, immer auf. Es ist mehr hoch Immunsystem. Ja. Wir Preventi-Ohn nicht-Water-Water-Water-Water-Water-Water-Water-Water-Water-Water-Water-Water-Water. Du hast mich gefragt, wie oft kann man gehen zum Thai-Massage machen? Genau. Exactly. Es depends von, was du arbeitest, wie alt. Wenn, 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 äh, wenn, äh, äh, so viel sich tun, ganz so viel stress, ganz so viel, ganz stark. Ich denke, muss jeder wögel. So uns kommen, oder so andere Thai-Massage kommen. Weil Thai-Massage richtig gut hilft, für Schmerzen. Nicht warten, kleine Schmerzen und große Schmerzen. Das ist nicht warten. Und ich denke, ne, wie dir, kann auch ein Monat einmal für die Seele, ne, Massage für Entspannung und für Hochimmunsystem auch gut. Aber manchmal, so viele Menschen, die preschen, die preschen, ne, brauchen die Massage auch. Und das ist sehr traurig, das kann es nicht sein, zum Massagen. Und wir müssen immer danken sich sehr, wie du gesagt hast. Ja. Das so. Ja, mein Körper ist dankbar. Ja. Sag nochmal, wie kann dir gefunden unsere Massage, sag mal. Ja. Also wie mein Körper sich fühlt, oder? Wie du gefunden unsere Plexig. Ja. Sehr gut. Also ich, genau, ich war schon öfter bei der Thai-Massage und es war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ganz kräftig auch, aber es ist uns sehr liebevoll. Danke, ne. So, ich bedanke mich sehr. Bis zum nächsten Mal, ne. Danke für...